Distelhausen im Taubertal Distelhausen im Taubertal. Eine Kirche, 942 Einwohner, eine Brauerei. Hier nehmen sich alle Dinge noch ihre Zeit. Auch das Distelhäuser Bier braucht seine Zeit, um zu etwas ganz Besonderem zu reifen. Den Wert der Langsamkeit haben die 22 Brauereien des Slow Brewing Vereins ebenfalls entdeckt. Seit Februar gehört auch die Distelhäuser Brauerei zu diesem Club der Prädikatsbrauereien. Wenn man ausgezeichnet wird durch die Teilnahme bei so einer exklusiven Gruppe und Vereinigung hier, dann fühlt man sich natürlich gut und auch in vielen Dingen bestätigt. Wir leben ja eine ausgesprochene Qualitätsphilosophie und die Mitgliedschaft in dieser Vereinigung bestätigt das und unterstreicht das nochmal deutlich. Nur Brauereien, die ihr Bier auf traditionelle Weise mit ausgesuchten Rohstoffen und viel Zeitaufwand herstellen, werden beim Slow Brewing aufgenommen. Die Kriterien sind streng. In monatlichen Kontrollen muss die gleichbleibend hohe Qualität der Biere nachgewiesen werden. Das geschieht beim sogenannten Bierkarussell. Das Bierkarussell ist ein, ich würde sagen, externer Betriebsvergleich. Die Brauereien haben die Möglichkeit, jedes Monat ein Bier oder mehrere Biere nach Weinsteffern an das Forschungszentrum zu schicken, das dann qualitativ untersuchen zu lassen. Es ist also eine streng wissenschaftliche Qualitätskontrolle zum einen, aber zum anderen sagt natürlich auch Slow Brewing, dass im Rahmen dieser Qualitätskontrolle auch gewisse Ziele erreicht werden müssen. Aber die Qualität des Bieres ist nicht alles. Genauso wichtig für das Slow Brewing sind das Unternehmen und die Menschen, die dahinter stehen. Wie ist die Unternehmensführung? Welche Werte haben die? Arbeit die nachhaltig, sowohl sozial als auch was die Umwelt anbetrifft und so weiter. Das sind alles Punkte, wo wir genau untersuchen und auch beurteilt werden bei einer Aufnahme in unseren Club der Prädikatsbrauereien. Im Mittelpunkt steht bei Slow Brewing die schonende Bierherstellung. Genuss braucht Zeit. Das beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe und der Art zu brauen. Bei einem Besuch in der Distelhäuser Brauerei überzeugten sich die Slow Brewer vom Mut zur Langsamkeit. Nun, das fängt im Sudhaus an, wo wir stehen hier. Wir verwenden den Rezepturen und den Charakteristika der Biere angepasste Maischverfahren, die zum Teil sehr intensiv, sehr zeitaufwendig sind. Und es geht dann weiter im Gärkeller. Auch da verwenden wir keine forcierten Verfahren, die beispielsweise Druck auf die Hefe ausüben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir lassen der Hefe auch Zeit, ihre Gärprozesse und ihre Bildung von Aromen hier auch in Ruhe abschließen zu können und endet schließlich im Lagerkeller bei einer sehr ausgiebigen Reife- und Lagerzeit, die mindestens sich über sechs Wochen erstreckt. Das ist insgesamt ein Zeitraum, den viele Brauereien ihren Bieren nicht mehr einräumen. Das sind dann entsprechende Turbo-Biere und davon distanzieren wir uns doch sehr deutlich. Mit ihrer Art, Bier zu brauen, wollen die Slow-Brewer die Wertigkeit des Bieres in den Vordergrund stellen. Genuss braucht Zeit und Qualität hat ihren Preis. Diese Botschaft soll auch beim Verbraucher ankommen. Es ist leider Gottes so, dass bei uns in Deutschland, wie auch in anderen entwickelten Ländern, der Bierausstoß oder Prokopverbrauch zurückgeht. Und wir müssen etwas tun, um das Bier wieder bekannter zu machen. Und da sind uns ja die Weinleute ganz weit voraus. Die zelebrieren das ja. Und da sollten wir eigentlich mitmachen. Und diese Slow-Brewing-Gemeinschaft, die will eben einfach das Bier als besonderes Getränk, das besondere Aufmerksamkeit verdient darstellen. Es gibt ja bei uns in Bayern den Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wie Brauereien unserer Größenordnung, alle mittelständischen Brauereien haben nicht Kostenstrukturen wie die ganz großen. Das heißt, um zu überleben und höchste Qualität zu produzieren, braucht es einen Preis, den der Verbraucher bereit ist zu zahlen. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, die notwendige Wertschöpfung auch zu erzielen. Der Bierfreund kann sich bei Slow-Brewing-Bieren darauf verlassen, dass er erstklassige Qualität bekommt. Bier, das man noch genießen kann. Und die Verbraucher sind zunehmend bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Die Bewegung zur Wiederentdeckung der Langsamkeit findet immer mehr Anhänger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017